In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man das Volumen von Notationskörper entstanden durch Drehung einer Funktion um die x-Achse berechnen kann. In erster Reihe ist es wichtig, dass ihr ein bisschen nachvollziehen könnt, wie überhaupt so ein Körper entstehen kann. Dafür habe ich diese Funktion hier f von x ausgewählt, wo uns eigentlich nur die Fläche, die sie mit der x-Achse einschließt, interessiert, und zwar nicht die ganze Fläche, sondern nur diesen Abschnitt. Und diesen Abschnitt wollen wir jetzt um die x-Achse rotieren. Den unteren Rand des entstehenden Körpers können wir uns durch diese gestricherte Linie vorstellen. Und die Fläche kann man natürlich noch ein bisschen besser verdeutlichen. Also das ist die Fläche jetzt, die wir um die x-Achse beispielsweise in dieser Richtung hier rotieren lassen wollen. Und natürlich sehen so die Grenzen dieser Fläche aus und so sieht der entstehende Rotationskörper. Unser Ziel ist natürlich das Volumen für diesen Rotationskörper zu bestimmen. Und dafür gibt es folgende Formel. Eine Formel, die man in jedem Lehrbuch bzw. Merkhilfe für die Abiturprüfung findet. Allerdings ist mein Ziel in diesem Tutorial, euch nicht weiss zu machen, wie diese Formel entstanden ist, sondern auf schnelle und einfache Weise euch zu zeigen, wie man die Formel anwenden kann. Trotzdem will ich hier noch einen kleinen Hinweis zum Aufbau der Formel geben. Wenn ihr euch diese Formel genauer anschaut, dann sollte euch auffallen, dass in erster Reihe hier ein stinknormaler Integral ist, Integral von a bis b von f von x. Und die einzigen zwei zusätzlichen Besonderheiten, die an dieser Stelle auftauchen, sind einmal die Tatsache, dass die Funktion quartiert wird, also auch auf 2 genommen wird an dieser Stelle. Und dann die Multiplikation des Integrals mit diesem π vorne. Also auf die Weise könnt ihr euch eigentlich auch die Formel sehr einfach merken. Bevor wir jetzt zu den Beispielaufgaben gehen, noch einen kurzen Hinweis. Ich werde hier nur Beispiele für die Rotation einer Funktion um die x-Achse vorrechnen. Wenn ihr Beispielaufgaben für die Berechnung von Rotationskörpern zwischen zwei Funktionen oder von Rotationskörpern um die y-Achse sucht, am Ende dieses Videos, im Abspann, findet ihr natürlich auch dazu passende Tutorials. Und jetzt zu unserer ersten Beispielaufgabe. Die Fläche zwischen den Graphen von f von x gleich Wurzel x und der x-Achse über dem Intervall 2 bis 8 rotiert um die x-Achse. Berechnen das Volumen des Rotationskörpers. Ich denke mir, die Aufgabenstellung ist ganz klar und deutlich zu verstehen. Zur Erinnerung, das ist die Formel, die wir gleich brauchen werden. Und es handelt sich natürlich um den Rotationskörper, das wir gerade vorher angeschaut haben. Also, wir setzen alles ein in unsere Formel. Die Grenzen sind durch diese zwei Zahlen hier, 2 und 8, auch schon festgelegt. Deshalb haben wir an dieser Stelle v vom Volumen ist gleich Pi mal Integral von 2 bis 8 von unserer Funktion Wurzel x ins Quadrat genommen und dann tx. Bevor man mit dem Integral hier loslegt, macht es durchaus Sinn, erstmal die Funktion Integral zu vereinfachen. Es ist sehr häufig der Fall, dass sich dadurch sozusagen glückliche Zufälle ergeben. Meistens sind die Aufgabenstellungen so vorbereitet, dass sich alles gut vereinfachen lässt. Auch in diesem Fall ist es so. Wurzel x ins Quadrat, wie ihr euch vorstellen könnt. Wenn man es ausrechnet, bleibt ja nur x übrig, also Wurzel und Hoch 2 hebeln sich gegenseitig auf. Und dadurch haben wir nun noch eine sehr einfache Funktion, die wir jetzt aufleiten müssen. Also dieses Pi wird ständig mitgenommen. Dann kommt die Stammfunktion hier in eckigen Klammern und die lautet 1,5 x hoch 2. Natürlich wieder von 2 bis 8. Und dann Pi mal aus der eckigen Klammer mache ich mal übersichtshalber eine runde Klammer. Ich setze erstmal die obere Grenze ein. 1,5 mal 8 hoch 2 minus 1,5 mal 2 hoch 2. Wenn man einen Taschenrechner zur Verfügung hat, kann man natürlich das Ganze auch in den Taschenrechner einsetzen oder eingeben. Jetzt rechnen wir so aus. 8 hoch 2 sind 64, durch 2 sind 32. Also dann haben wir Pi mal 32 minus. Und hinten 1,5 mal 4 sind 2. Also unser Ergebnis lautet dann 30 Pi. Und wenn man das Ganze jetzt noch in den Taschenrechner eintippt, dann kriegt man ungefähr 94,25 raus. Und das sind natürlich Volumeneinheiten. Abgekürzt VEs. Das war die erste Beispielaufgabe. Und jetzt zu unserer zweiten Beispielaufgabe. Der Graph von F begrenzt mit der x-Achse eine Fläche, die um die x-Achse rotiert. Berechnen das Volumen des Rotationskörpers. Die Funktion F und x ist natürlich gegeben. Und wir haben wieder unsere Formel, die wir anwenden wollen. Wir erkennen bereits anhand der Aufgabenstellen, die Grenzen sind diesmal nicht explizit gegeben. Allerdings steht da begrenzt, F begrenzt mit der x-Achse eine Fläche. Gut. Nur so zur Orientierung. Hier ist das Schaubild der Funktion. Ich glaube spätestens jetzt sollte man in der Lage sein zu erkennen, die Grenzen sind die Nullstellen. Natürlich hat man nicht immer so einen Vorteil, dass eine Abbildung vorhanden ist. Beziehungsweise, dass man überhaupt eine Funktion skizzieren kann. Vor allem nicht eine Funktion, die so hässlich aussieht wie die hier. Deswegen muss man praktisch selbst Initiative ergreifen und diese Nullstellen bestimmen. Und das machen wir auch als erstes. Wir brauchen Grenzen für unser Integral. Also, kurz gesagt, wir setzen die Funktion gleich 0. 0x mal Wurzel 4 minus x sind gleich 0. Und wie können wir diese Gleichung lösen? Na ja, ganz einfach. Wir haben ein Produkt aus zwei Termen, was 0 ergibt. Also, da greift mal wieder dieser Satz vom Nullprodukt zu. Das bedeutet, die erste Lösung lautet automatisch x1 ist 0. Und für die zweite Lösung müssen wir an dieser Stelle noch ein bisschen umformeln. Also, wir nehmen diese Wurzel und setzen sie gleich 0. Natürlich spielt die Wurzel keine Rolle. Wir quadrieren die ganze Gleichung und dann verschwindet sie. Und wenn wir dann minus x mit plus x rüberbringen, dann haben wir 4 ist gleich x, beziehungsweise x2 ist gleich 4. Also, so findet man, auch ohne es am Schaubild zu sehen, die Grenzen für dieses Integral. Und dann können wir auch unsere Formel aufstellen. v ist gleich Pi mal Integral von 0 bis 4 von unserer Funktion hier x mal Wurzel 4 minus x. Alles wird dann in Quadrat gesetzt dx. Genauso wie bei unserem ersten Beispiel lohnt es sich auf jeden Fall erstmal diesen Term hier im Integral zu vereinfachen. Das bedeutet, wir lösen diese Klammer mit der hoch 2 erstmal auf. Das bedeutet, jeder Term in der Klammer kriegt die hoch 2. Also, das x vorne kriegt eine hoch 2. Und wenn die Wurzel dieses hoch 2 kriegt, dann heben sie sich gegenseitig auf. Allerdings sind das zwei Terme unter der Wurzel. Deshalb bleibt dieser 4 minus x noch in einer Klammer. Als nächstes sollten wir diese innere Klammer auflösen. Das bedeutet, an dieser Stelle werde ich einfach dieses x hoch 2 einmal mit der 4 und einmal mit dem minus x hier hinten multiplizieren. Entsprechend werden wir dann 4 x hoch 2 minus x hoch 3 dx. Und jetzt sind wir so weit, dass wir unsere Stammfunktion bilden. Jeder Term wird einzeln aufgeleitet. Das bedeutet, unser erster Term lautet dann 4 Drittel x hoch 3 minus 1 Viertel x hoch 4. Und das können wir jetzt ganz normal mit dem Hauptsatz bearbeiten. Dieser lästige Pi wird ständig mitgenommen. Ich benutze ab hier eine runde Klammer und setze erstmal die obere Grenze ein, also dieses 4. Dann haben wir 4 Drittel mal 4 hoch 3 minus 1 Viertel mal 4 hoch 4. Und dann kommt natürlich minus die untere Grenze. Allerdings haben wir hier diesen Vorteil, wenn wir für diese x 0 einsetzen, dann bleibt er einfach nur noch 0 übrig. Also das können wir uns sparen an dieser Stelle. Und den Rest hier kann man auch gegebenenfalls Schritt für Schritt oder mit dem Taschenrechner zusammenfassen. Ich habe es jetzt mit dem Taschenrechner zusammengefasst. Und als Ergebnis habe ich 64 Drittel Pi. Und natürlich als Dezimalzahl geschrieben lautet das 67,02 Volumeneinheiten. So, wenn man sich jetzt diesen Körper noch ein bisschen vorstellen möchte. Ich habe hier auf der rechten Seite nochmal die Spiegelung dieser Funktion an der x-Achse dargestellt. Also ich denke mir, dass jeder hier an dieser Stelle in der Lage ist, sich das vorzustellen, wie diese Funktion um die x-Achse rotiert. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Ihr habt bereits anhand der Beispielaufgaben gesehen, was wichtig ist, um so eine Aufgabenstellung zu bewältigen. Also in erster Reihe die Stammfunktionsbildung. Und nicht zuletzt die Anwendung des Hauptsatzes. Die sollen bekannt sein. Zweitens, natürlich kann man auch die Flächenberechnung mit Hilfe der Integrale als Grundlage dafür sehen. Interessant, vor allem für die Abiturprüfung, ist auch noch die Berechnung von Rotationskörpern zwischen zwei Funktionen. Aber auch Rotationskörper um die y-Achse. Wenn Bedarf, Tutorials zu allen dieser Themen findet ihr gleich im Abspann.